Unser Leben voller Entscheidungen, im familiären wie auch im beruflichen. Alle, die uns umgeben, brauchen unsere Stabilität, Souveränität, unsere Zuversicht. Denn so wie wir von starken, stabilen Persönlichkeiten in unserem Umfeld profitieren, so möchten auch die Menschen, die unser Leben mit uns freiwillig teilen, von unserer Stabilität, Souveränität, wahren Menschlichkeit ja auch profitieren, anstatt belastet zu sein. Und so geht es eigentlich ganz gleich bei jedem, ganz gleich welches Buchthema oder Vortragsthema oder Seminarthema ich bearbeite, es geht eigentlich immer wieder darum, dass wir aus unserer Sensibilität eine intuitive Stärke schaffen zu gestalten. Und heute eben aus dieser Perspektive. Wenn wir uns also einig sind, dass es göttliche Seele gibt, dass du deine Seele durch liebevolle Empfindungen umso stärker wahrnehmen kannst und traurige Empfindungen nicht als Probleme betrachtest, sondern Hinweise der Achtsamkeit, wo du noch hinschauen sollst. Für deine Selbsterkenntnis, Heilung, liebevolle Transformation hin zu persönlicher Reife. Dann wird natürlich sich die Frage stellen, wie können wir dieses Wohlbefinden in uns stärken. Und das ist die Basis eigentlich des Lebens, sich selber zu stärken. Und wir stärken uns, indem wir den ersten Schritt machen, jeden Tag hin zu unserer Selbstwahrnehmung. Setze dich hin und nimm dich in deiner Trinität wahr. Dann lebst du nicht halbherzig, sondern du bist dir deiner vollkommenen Kraft bewusst. Nimm dich wahr, indem du deinen Körper entspannst und deinen Atem in die Bauchgegend vertiefst. Gehe in den zweiten Schritt, nimm die Qualität deiner Gedanken wahr. Denn nicht umsonst bestimmt die Qualität unserer eigenen Gedanken tatsächlich unser Glück. Denn die Energie folgt unseren Gedanken. Fokussiere dich in deinen Gedanken also auf das, was für dich wichtig ist, auf die Liebe. Und das Dritte in deiner Trinität, nach deinem Atem und liebevollen Gedanken, fokussiere dich auf deine Emotionen. Bei allen aufgewühlten Emotionen besinne dich auf dein liebevolles Empfinden in dir. Und manchmal kann es sich wie betäubt irgendwie anfühlen, nur trotzdem ist was Gutes da. Suche. Lurge. Und dieses Gefühl von Frieden, vor allem Dankbarkeit, das ist immer mein Schlüssel zum Glück. Dankbarkeit öffnet immer das emotionale Herz. Beginne deinen Herzschlag zu spüren. Sei zum Beispiel einfach dankbar dafür, dass du überhaupt Herzschlag hast. Spüre, wie das Leben durch dich fließt. Und damit haben wir allen Grund, eben von der lichtvollen Zukunft, auch im globalen Geschehen, auch im Klimageschehen, auch im kulturellen Geschehen, auch in den Kontinenten, von einer lichtvollen Zukunft durch und durch überzeugt sein. Denn der Gottesplan ist die Allliebe. Das ist überhaupt diese Gnade in uns lieben zu können. Und unser aller Seelenplan ist der Weg dorthin. Und damit ist das Schicksal, die Aufgaben, an denen wir uns reiben und uns wahrnehmen, die Wegweisungen. Und je mehr wir aus diesem Seelenhören leben, indem wir jeden Tag unser Wohlbefinden, unser Selbstvertrauen, unsere Selbstwürde kultivieren, und damit ein Leben nach eigener Fasson leben, nach liebevollen Werten ausgerichtet, umso mehr hinterlassen wir ja auch lichtvollen Fußabdruck in dieser Welt. Und wie ist das? Hier im vritten Untertitelung Vielen Dank.